Ich denke mal als Bleder. Der Kashi hat ja jetzt auch ein Bled bis nach 10. Plus was? 15. Da mal ein bisschen später. Der hat wahrscheinlich das von Micha gekauft. Ach so. Was? Ach von Black Masse. Ja, mal schauen. Vielleicht brauchen wir heute auch gar keine Deckmann. Aber Gam hat ja jetzt auch wieder eigene Gilde gemacht. Das ist ja wieder der alte, der damals bei Evo war. Der Master. Ist ja nicht mehr Stimition. Und der hat halt wieder eine eigene Gilde gemacht. Das ist jetzt von denen weg. Also Evolution ist in dem Sinne nicht mehr. Und die greifen halt mit an. Livesteam jetzt bei denen aus der Uni raus. Jetzt bei Hammer Gamma in der Uni. Jo. Da müssen wir schon halt mehr aufpassen, dass nicht die hier vor das Verein nehmen, sondern die. Ja, wenn nicht, dann Pech gehabt. Wir haben ja nichts anderes übrig. Ja, nicht das erste Mal zu sehen. Das ist ja auch immer noch. Das ist ja auch immer noch. Party-Scurve, kurz reingestellt. Das ist meine als gleiche. Hehehe, timer, guter Plan, hier werde ich mich jetzt einschließen. So, wartet mal, ich bin gleich wieder da. Jo. Immer mit der Google. Mikrofon muted. Hehehe. Cool, he? Mein Blu-Skill. Hehehe. 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 So, guys, I will make fast and come back. One minute. Ok, so nicht. ⋯ So, I'm back. Waschen. It's cool, it's cool. Ja, ich war gezwungen, mein Blutkühel hinter einer hinter einem Schrank zu knallen. Ja, I'm ready for Fortress. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, müsste eigentlich. So, jetzt nochmal. Musste grad weg. Ja, jetzt hab ich keine Lust mehr. Jetzt kannst du gehen. Nein, Quatsch. Stotzi, willkommen, willkommen, willkommen. So, wir seht, der ist gut. Uh, das ist, das ist laut. One-Eight Clyde. One-Eight Clyde. Thank you for following. Have fun. Server name, good times. Okay, Aurel. Mir geht's gut. Der Flug war angenehm, der war sehr schnell. Morgens abgeflogen, abends waren wir sofort da. Und war gut, war gut. Wie geht's dir? Erzähl mal. Wie läuft's mit der Beta voran? Ich hoffe, alles läuft. Ich hoffe, alles läuft. Ja. Vielleicht noch ein bisschen PvP. Ein bisschen gucken, was da abgeht. Kleeet, kleeet, kleeet. So. Wer will eins aufs Maul? Wer will eins aufs Maul? Hier ist keiner mit. Warst gar nicht mehr drauf. Wieso das denn? Weil's einfach gut läuft? Oder... Also, ihr habt keine Fehler mehr entdeckt. Fortress, hab ich gesehen, funktioniert. Er war nicht Tess. Böser GM. Sehr, sehr böser GM. So, wie ich sehe. Ja, es wird draußen immer dunkler und dunkler. Deswegen... Draußen wird's dunkler. Ja, wir haben hier, wir haben hier halb, halb acht und es wird draußen schon dunkel. Krass. Also, nicht so dunkel, so dunkel, sondern richtig langsam dunkel. In Deutschland ist es ja... So dunkel ist es erst so gegen... Grob geschätzt halb zehn. Oder für heiß, heiß, heiß. Ja, wenn er nicht Tess war, echt schade. So, warte mal. Kann ich zumachen, das kann ich auch zumachen, oder? Oder ist das egal? Ich hoffe, das sieht man nicht. Sieht man nicht? Nein, da ist er. Das sind gute alte Gardinen. Bruski, Bruski. Ja, die ersten Tage waren wir nur unterwegs. Nur unterwegs. Heute ist der erste Tag, wo ich endlich mal ein bisschen frei hatte. Ich habe auch gesagt, kommt Leute, Sonntag, da will ich wenigstens meinen Fortress machen. Und, äh, ja, ja. Ja, jetzt machen die PvP, der liegt da tot rum. Komm, gegen Fun, Fun Diesel. Ich mache mal gegen Fun Diesel. Doch ein bisschen laut, kann das sein? Ja, es ist alles... Was fragst du, Alter? Ja, drauf! Knallhart! Und heute eine Chance... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist er weg. Jetzt fängt er da hinten. Na, klasse. Ich habe keine Fragen. Jojo, danke dir, danke dir, danke dir, sehr viel. Danke dir, danke dir, sehr viel. Nice. Nice, nice, nice. So, Jojo ist nun... So, wait, 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 wo ist dat, wo ist dat? Top 5, so. No. Das meine ich, der wird immer automatisch irgendwie so laut. Nicht passiv. Jojo, thank you. So, lief Hand of God jetzt auch? Nee, so wie ich das verstanden habe, will er einfach noch ein paar Sachen verkaufen. Sheena, wo lala. Sheena, wo lala. Oh, Sheena, wo lala. Bam, 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 bam. Sheena, wo lala. Ja, use your Vigors, use your Vigors. Der macht hier one new guy, come out. Oh, stop, 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 stop. Wir killen. Oh. Upsi. Ah, da ist Van Diesel. Oh, Junge, Junge. Bam, okay. Was machen Sachen? In der Global-Volim steht alles drin. Good luck to our guide. Bla, bla, in. What was for's mail? Beat, do we go in? Want to sell Sunbow plus 10? Oh. Ja, das ist natürlich blöde, wenn das lieb. Das ist wirklich blöde. Warum macht jemand so was? Ich weiß es nicht. Hm. Ich versuche nur, was ich kann, wie ich kann. Okay. Ich glaube nicht, dass er liefen will, sondern einfach nur ein paar Sachen. Was, was, was? Oh, ja, ja, komm. Gibts mir, gibts mir, gibts mir richtig, gibts mir richtig. Komm, Fandazel. Fandazel. Bam, 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 bam. Oh, was, dass ich wieder für Debugs hab. Viel zu wenig, ne? Oh, blöd. Giniin. Ja, that is too much. Too much. Oh, mein Gott, come on. Bam, bam, bam. Boah, fuck mich nicht von hinten ab, Alter. Stehst du auf hinten oder was, ey? Da. Bam, bam, bam. Bam, ja, Schild rein nicht vergessen. Junge, Junge, Junge. Bam, again. Schild rein, du Vollrost. Oh, nochmal. No, da blockt er. Say my name, sweet times. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020